Hallo und willkommen zu meinem ersten GTA RP Video. Ich habe mir 8 Stunden Zeit genommen für Aufnahme, Schneiden und Spezialeffekte, die ihr noch nie bei mir erlebt habt. Um euch jetzt ein wunderschönes Erlebnis in diesem Video zu geben. Ich habe viele lustige Clips und alles mögliche eingebaut. Ich hoffe ihr habt was zu lachen und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Oh sorry, da war zu viel Schmielöl auf der Straße. Ich muss deine Eltern nicht lieben, der Geroller. Ja, schießen nochmal ab, da krieg ich noch ein bisschen Geld. Gar kein Problem. Vorurte Medizinerin? Nee, du lebst ja noch. Du bist ja noch nicht bewusstlos. Aber das können wir ändern. Komm mal rein, Ding. Nein, hallo. Toddler? Soll ich? Ja. Sind sie eine Gambusau? Möglich? Ah, Alter, kannst du dich wahrnehmen? Ja, ja, aber dann malen. Möglich? Ja, Arno. Was hast du da für einen Spichnamen? Äh, sehr gut, oder? Ja, bist du mich an. Nicht wirklich. Doch, ich finde den gut. Nee. Warte, zack. Der ist doch... Sack, zack, wechseln die Scheiße hier. Nein, der ist gut. Ich kann dir auch was Gutes sein, guck mal. Nee, nee, nee. Du bist kein Rentner. Kann man ja schießen. Kann man auf das Auto treten? Kann ich dir in den Kopf schießen? Ja, mach mal. Ja. Hm? Du warst ja letztens, als du in den Laden warst. Ich war schon oft in einem Laden. Ich glaube auch in den Laden. Achso. Du fragst, wann bin ich live? Nein, heute habe ich keine Zeit. Ja, der Zeichen hat so drei Tage. Du bist groß. Mit dem scheiß Lied. Du bleibst gar nicht. Das ist der Katastrophe. Das Lied ist wunderbar. Das ist ja so schief und schätzt. Nein. Ein Lied für die Ewigkeit. Ja, der kann ja meine Mut. Enemy spotted. Was ist denn da los? Dancing. Nee, warte. Du musst noch irgendein gutes Lied haben. Ich hab mir heute gedacht. Ich weiß nicht, ob ich es finde. Ob es das überhaupt geht hier. Nimm mal eine hohe Essen, komm mal. Aber das habe ich auch drin. Du kannst es doch, aber du willst es doch nicht. Das ist doch das beste Lied. So, jetzt Hansi. Wenn die Party weg von mir geht, oh ich die Party zu mir. Ich darf nicht mit Fremsen mitgehen. Ich bin ja nicht mit Fremsen mitgehen. Ich darf nicht mit Fremsen mitgehen. Ich glaube, ich habe einen Reifenplatz da unten. Und noch hier kaputt, kaputt, hier Auto. Kaputt, kaputt, hier Auto. Nicht schlimm. Ich repariere es. Kali, steig mal ein. Kali, steig mal ein. Ja, 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 ja. Die war richtig, glaube ich, eine neue Reparatur mäßig. Hallo. Hallo. Achso. Herr Morningster. Nee, Lucifer. Hallo. Oder? Nee, sie sind nicht Lucifer. Wer sind sie? Mayonnaise. Find ich dich. Fang mal da, fang mal da hin. Fang mal da hin. Ich muss kurz das privaten Gründen erledigen. Da wollen wir die McCall näher. Die P*****s. Du jetzt da? Hm. Wollen wir die McCall näher? Digga, warum ist hier als Angels, Banditos und was weiß ich wer? Digga. Big Banditos. F***. Oh, sorry. Da war zu beschleunig. Den wollte ich aber wegschießen. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Stur lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Könnten wir das bitte aufmachen? Nee, warum? Ich bin Trade, bitte. Ja, ich weiß. Ich möchte zu Fabi. Der steht da drin. Wir nehmen dich. Ja, mach ich doch. Trade. Mach ich. Ich weiß. Ja, finde ich auch. Bitte mitkommen. Einsteigen. Einsteigen. Wie haben Sie mich geklaut? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe das Geisel genommen. Jetzt einsteigen. Fahren Sie mich bitte zurück in die Werkstatt. Nee, da kommen wir schon her. Da komme ich her? Wir fahren jetzt immer weit weg. Weit weg? Okay. Woher geht die weitere Reise? Erstmal, ob die andere spüren. Wer ist das? Ich kann dem Angreifer deutlich zeigen, deutlich artikulieren, was ich will. Ich hoffe, wir überleben die Reise. Äh, super optimal. Aber wenn Sie so weiter mit mir sprechen, da komme ich langsam drauf raus, wer sie sein könnten. Ich habe da schon so einen kleinen Verdacht. Ja, sagen Sie mal. Äh, Sie sind nicht zufällig Musiker. Oh, ich bin. Ich habe dich jetzt anfühlt. Sehr schön. Ja, wir haben von dir geredet und haben deine Musik gehört. Ja, wir haben deine Musik gehört und alle haben getanzt. Ja, okay. Ich habe nur davon mitbekommen, dass die Medizinerin gar keinen Bock drauf hatte. Nein, nein, nein. Ja, die hat dann Techno reingeballert, ja. Ja, ja oder sowas. Ah, geil. Was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Ja, das ist doof. Hä? Wie konnte das passieren? Aber ich kann das in der Auto bestellen. Wir haben noch diese neuen Handys. Warte mal. Oh nein, guck mal, wo der steht. Oh nein. Oh Mann, ey. Ui, der sieht aber schick aus. Ich kann dem Angreifer deutlich zeigen, deutlich artikulieren, was ich will. Ich zeig's ihm mal. Halt! Oder ich kann Zeugen auffordern, mir zu helfen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie. Moin. Da saß ein NPC. Oh, oh, sch***. Stur lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Was hast du für ein Ziel? Content. Ich dachte, jetzt kommt er mich verschleppen. Ach so, ja, das auch. Das gehört dazu. Mechaniker? Ja? Könntest du vielleicht noch das Auto hervorrufen? Mach ich. Ja, Mann. Aber, nicht mehr rein, verwerben. Immer draußen stehen. Schon warten, oder was? Ja. Ich wusste nicht, ja klar. Nein. Oh, schau sie, wenn's nicht, Katastel. Sind Sie bei Herr Manos, der Herr? Nö. Ja. Sind Sie U60, oder? Nö. Okay. Ja, kann ja manchmal sein. Ich bin U80. Oh. Chillig. Jo, dann auch schönen Tag. Schönen Tag noch. Ich bin eine Mieswahl. Ich bin eine Mieswahl. Kehle? Was geht ab? Moin, moin. Freight. Du nang. Was ist dieser Wagen wert? Freight? Hm? Jo, du wüsst' ich nicht glaub. Über 400 Mio. Moin. Dein Auto? Nö. Cool. Du bist ja einfach offen. Dann klau ich das jetzt. In Wunderschöne Tag hier. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah, hello, sir. Welcome to Starbucks. What can I get for you? Der Kegelmeister will auch. Ah. 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 Na du. Komm mal mit. Erfangen mich aber öffnen. Fahrerbezillt. Egal. Ja, da fährt er noch fast. Puh, okay. Iiiiih!